So jetzt, grüß Gott. Also ich wäre da. 3,2 Sekunden nachhaltig, leichter Peak bei 1,2 Kilohertz. In nomine Christi, Amen. Oh, was läuft hier ab? Aha, was ist das? Apoll und Daphne. Der Apoll, gell? Weiß schon was der will. Der will da gleich mal wie der Daphne, weißt du? Aber Daphne hat keine Lust. Geh weg, du Säckl, lass mich in Ruhe. Daphne, gell? Die hat ja gerade ihre Sache. Dass man das nicht aussprechen kann, gell? Die hat gerade ihre Sache. Ich hätte das früher nie verstanden, was für Sache hat sie denn? Wenn es ihr zu viel ist, soll sie es auf Ebay verkaufen oder den Grobmüll rausstellen. Aber das ist die Szene, die hier abläuft. Good luck. Apoll. Du Säckl. Gell so gewaltätiges Zeug hier. Oh! Bildnis einer Dame am Spinett 1788. Hahaha, nee. Das ist nicht von 1788, das ist von 1988. Weil ich hatte genau so eine Frisur. Gell? Die war beim Friseur und hat sich mal so eine ganz coole Frisur machen lassen, weißt? Auch mit so Bollen hintendran und so. Und wahrscheinlich hat sie eigentlich noch ein paar fetzige lila Strähnen sich reinfärben lassen will. Aber das hat sie sich dann doch gedroht. Das war vielleicht ein bisschen too much. Aber das ist interessant, dass die hier in der Staatsgalerie einfach falsche Jahreszahlen hinschreiben. Also das ist schwierig. Guck mal, das ist auch eine typische Schwäbin. Wahrscheinlich vermietet die in Tübinger Studentenwohnungen. So acht Quadratmeter große für 380 Euro im Monat. Dann kommst du zu so viel Asche. Das hier ist ein armer Tübinger Student, ja, der Medienwissenschaften studiert hat. Und der ist verreckt in der Wohnung von der, weil sie die Heizung nicht auch gemacht hat. Und trotzdem 380 Euro verlangt hat. So funktioniert der Schwab. Das ist auch ein Schwab. Nur vom Look her. Ich hab keine Ahnung, aber das ist ein Schwab. Ja, das ist ein Schwabe. Weil der hat keine Kinn, ja. Mit so einem Gesicht kannst du bloß sagen, du Säckl. Die war in der wilden Maus auf dem Kinn, oder was? Oh Gott, mir ist der Maße zu mir, ich werd verriegt im Kopf. Bitte mal schnell das Bild. Na, siehst, und schon wieder so ein schwäbisches Thema. Ich kenn das Motiv, aber jetzt fällt mir erst auf, ist ja klar, was da abläuft. Die haben Laub verbrennt auf ihrem Götle. Wittmann Cube Klassiker. Das ist ja an sich schon ein Ausstellungsstück. Das hätt ich so gern einen, wenn wir im Büro stehen, das kann ich mir halt nicht leisten. Ja, der Vater, die Mutter, die Oma und die drei Kinder sind alle am Sonntag im VW-Bus gesessen. Bis auf Melanie und Celine, die zwei, weil die sind in Maxi-Cosy gesessen. Deswegen haben die keinen Schleudertraum mehr. Den Ellen keinen Schleudertraum mehr. Das ist einfach gelogen, die wollen einfach bloß Geld. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020